Bob aus der Flasche, nehmt sich dann deiner Sorgen an. Ja. Der Sheriff, meine Freunde. Es ist nämlich meine Stadt. Es ist meine Stadt. So, und jetzt tryharden werden wir mal hier richtig, weil ich will jetzt hier mindestens einen Kill machen. Also, da ist die Saskia tot vor dem Kate oben in Electrical und mit einer Blutspur in die T-Kreuzung, bei Electrical und ich kam noch so rein, dass ich gerade die Person gesehen habe, als sie in der letzten Phase zum Chamäleonisieren war. Aber ich sag euch jetzt nicht, wer... Du sagst mir, dass es ein bisschen war. Okay, dann wollte ich mal... Ich sag euch nicht... Sag es! Nein! Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Ich kann euch einen... Nee, ich kann euch einen Hinweis geben, und zwar... ...ein Tier! Sagen Sie es nicht! Ah, cool. Ich bin kein Tier. Stucki, Kratte! Oh, Bernie! Oder Geist... Bernie oder Geistli! Katze! Katze! Was ist eine Katze? Das kenne ich nicht. Was soll das sein? Ein... 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 ein Ding, auf das ich allergisch reagiere. Bernie! Könnt ihr nochmal sagen, was hier passiert sein soll? Katze, äh, ach Junge. Franz, wir brauchen noch einen Tipp. Gar nicht. Wie, ihr braucht noch einen Tipp? Captain Franz. Ich hab deinen Tipp nicht gehört, sag ihn nochmal. Äh, Tier. Lighter oder Darker Color? Mit oder ohne Augen? Warte, ich muss gerade mal... Die sind alle Darker. Nimm Darker Color. Nee, nee. Katze ist Leiter. Sollen wir das noch unterhaltsamer machen? Oder Kratzer? Mach doch einfach geistig, du hast es hier. Katze ist bei dir. Ja, das ist ein dunkles Tier. Ja, aber das ist ein dunkles Tier. Ja, dann hab ich ja sogar richtig gevotet mit Bernie. Bernie? Bernie! Nein, 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 das ist so gegen Bernie. Hau mich jetzt mal als Kling raus. Nein. Hau mich jetzt mal als Kling raus. Bernie, hau mich mal an, hast du getrunken? Aber dann ist ja Bernie Jakar. Nee, Bernie ist dann die, äh, Imposterrolle. Jetzt habt ihr echt Bernie gewohnt. War, war's Bernie jetzt ab? Sag schnell! Es war Bernie, es war Bernie. Oh nein, Bernie, Katastrophenrunde. Das war's. Oh nein, 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 nein. Mmh, Bernie. Bernie! Ob aus der Flasche nimmt sich dann deine Sorgen an? Du niest und bist deine Sorgen los. Bernie! Nee. Nicht die Weiche von mir. No. Ich hab nur mal genau die gleichen Tasks wie du. Mhm. Soll ich nur machen? Hallo, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, was ich zuletzt gebrüllt hab, deswegen... Nein, Mr. Mayor. Das war Ruffy, oder? Gut, ich wollte nur sicherstellen, dass das nicht verloren ging, weil es war in der letzten Sekunde. Und Smeggy konnte sich nicht verteidigen. Ja, war Smeggy. Also Bernie war komplett falsch. Ich fand's einfach zu witzig. Ja. Smeggy? Und jetzt Prosecutor. Ich hab gar nichts gemacht, oder? Dann diskutier ich nicht. Ist Franz Chester? Das würde jemand sagen, der schuldig ist. Mhm. Franz, was meint das S-Tier? Ich vote, ich vote Franz. Du sagst, Smeggy ist Prosecutor? Nee, Franz. Was? Franz, okay, warte mal, das... Leute, ich check die Lage nicht ganz. Könnt ihr mir das mal erklären mit Franz? Ich bin Captain. Oh, Captain, mein Captain. Vielleicht ein anderer, außer Franz, der mir die Lage mit Franz erklärt? Naja, Franz hat jemand beim Killen gesehen, hat ein Rätsel draus gemacht und hat Tier gesagt. Alle Leute sind auf das Tier, das Animal gegangen. Englisches Wort für jemanden, der mit vier Beinen durch die Gegend läuft. Bernie, ja, Bernie, ja. Kurz mal ab, ein bisschen. Ja, ja, und das war falsch. S-Tier. Smeggy, nicht Bernie. Aber Franz hat doch gesagt, Bernie war richtig. Nein, Franz hat im letzten Moment auch gesagt, dass Smeggy der Richtige ist und Bernie einfach nur random war. Ach so, da habe ich mich schon gemutet. Also hat Franz getrollt? Ja, im Endeffekt hat Franz getrollt. Komisch. Freunde, wir müssen Captain Franz voten. Könnt ihr mich bitte noch swappen mit Smeggy? Meuterei? Weil Smeggy hat nichts gemacht. Es war wirklich Bernie. Ich kann leider nicht mehr swappen, ich bin zum Sidekick gemacht. Smeggy hat nichts gemacht. Smeggy auf Vampire. Ja, Smeggy, du lebst. Sorry, ich muss den Content-Button drücken. Das war zu wichtig, ne? Oder wirklich? Aber jetzt musst du halt wirklich killen, Smeggy. Kannst du mir nächstes Mal Bescheid sagen, wenn du den Content-Button drückst, weil ich war Sound-Muted und habe den Content nicht mitgenommen. Oh mein Gott. Juckt es in der Nase, zisch ich aus der Vase. Du niest und bist deine Sorgen los. Was geht hier schon wieder ab, ne? Mit Bob dem Flaschengeist. Danke. Ja, die dicke Wampe ist die Ähnlichkeit. Sonst aber auch nix. Naja, weil der erst schon ein paar Sekunden umgefallen ist, also ich bin mit Stugi da angekommen aus dem Office. Und da ist er gerade erst umgefallen, also haben wir noch einen Augenblick gewartet, wegen Bait und so? Bait oder so, ja. Kommt mir leid, weiß ich nicht. Alles gut. Also ich bin aus dem Lab gekommen und wie gesagt, Stugi stand auf der Leiche und Smeggy kam auch vor allem an. Also könnte es auch sein, dass ihr da einen Friedhof hinterlassen wolltet und ihr ein Team seid, ihr beiden. Aber wir müssen auf jeden Fall noch zwei Killer mindestens haben. Also wir müssen noch von einem. Das sind drei Tote. Also gehen wir davon aus, dass ein Sheriff vielleicht sich verschossen hat oder so. Dann haben wir auf jeden Fall noch zwei Killer. Und wenn zwei sich jetzt decken, wenn sie auf einer Leiche stehen, weiß ich nicht. Wir stehen ja auf keiner Leiche. Also für mich saß es aus, dass du halt auf der Leiche stehst und halt nicht reportest. Ich bin reingelaufen links. Wie gesagt, mein POV ist, ich komme raus aus dem Lab, du stehst bei der Leiche und reportest. Wo ist denn Smeggy und Terster? Ich war im Spesman, bin gerade im Lab hoch. Ich habe gerade noch die Flaschen gemacht, bin jetzt am Müll. Bestimmt, Smeggy war noch in einer 1-10.000 bei mir. Ja, aber dann kann es ja eigentlich, dann kann es ja nur zwischen Knechtchen und Stuggi sein, wenn Smeggy die Wahrheit sagt und der Schalding da rausnehmen kann. Terster wirklich da drüben ist. Du warst Mini, du bist auch raus. Und ich bin, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin gerade vor dem Lab angekommen. Also ich war links O2 die ganzen Tag. Musst es ja Terster sein. Dankeschön, ja. Nee, oder hast du Stuggi? Ja, oder. Oder Stuggi. Dann brauch ich mal Stuggi. Du bist Mini. Tja, Stuggi, das ging nach hinten los. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Warum Stuggi eigentlich in den Ofen? Ich glaube, das ist Knechtchen und zwar. So, wir feuern jetzt den Knechtchen rein. Oder wir schießen auf Smeggy. Knechtchen oder Smeggy. Jetzt haben wir jetzt mal je wenigstens geproofed. Was ein Arsch, ey. Was ein Arsch. Das Knechtchen doch der Kieler, ne? Schöner Selbstreport. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Terster ist an ihn umgefallen. Also Terster haben geschossen. Terster war Scheriff. Ich habe mit Terster gespuppt am Anfang. Sehr gut. Und ich weiß, dass er Scheriff war. Deswegen glaube ich, dass er umgefallen ist. Aber warum schießt er nicht auf Knechtchen? Das ist eine gute Frage. Ja, dieses Terster, Alter. Da gibt es ihm einfach mal eine Rolle, wo man was tun kann. Und dann macht er so einen Quatsch. Bist du dir übrigens sicher, dass er auf Smeggy geschossen hat und nicht auf Dasher? Nee, ich war nicht da. Also, er ist extra so gelaufen, dass er wahrscheinlich, also dass er Smeggy in den Target hat. Ich habe einen Kiel gemacht. Mich selber, ja. Weil er ist mehrmals um mich und Smeggy rumgelaufen. Der Zug war voll okay. Ich habe Knechtchen nicht gefunden. Und so habe ich alle geproofed, die da waren. Also rein in Knechtchen. Ja gut, dann Imposter-Win, ne? Erste Runde, erste Runde-Call von Franz. Smeggy beim Töten sehen. Ja, Franz hat doch einfach nur getrollt. Franz hat doch fünf Millionen Euro geworfen. Also, dafür hat er das zu lange gefahren, die Schiene. Nee, der hat erst Bernie gesagt, dann Smeggy danach wieder Bernie. Nee, er meinte ja Bernie nicht. Was ihr mir in den Mund legt, ist einfach absolut. Ich habe auf Smeggy geschossen, wenn wir in dem Call von Franz. Und ich dachte, wenn es falsch ist, dann ist Smeggy wenigstens proof for Dasher. Ich habe dich geschildert gehabt. Deswegen wusste ich, dass du keiner auf dich getötet hast. Sehr, sehr geil. Faru, let's go. Ja, Chad, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Runde für die Crewmates gewonnen habe, aber ja, habt schon recht. Oh, Entschuldigung, ich war nicht gemutet. Tut mir leid, ich war nicht gemutet. Na sicher, na klar. Aber du hast das Terzene gehört, Franz. Wenn du den Content-Button drückst. Leute, machen wir noch eine, weil ich kurz auf K war. Wer ist da noch dabei? Ja, 22.30 Uhr machen wir dann nochmal freitags. Achso, na sicher, na klar. Na sicher, na klar. Na sicher, na klar. Danke euch Leute, ich küss euch doch. So Freunde, an der Stelle, ich sag einmal Hallo YouTube, herzlich willkommen zur Abmoderation. Mein Name ist Thorsten Gekoman. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne kostenlos ein Follow da. Danke euch, schreibt gerne einen Kommentar. Auch mal auf Terzene vorbeischauen, dort haben wir sehr viel Stuff. Codenames, Lockdown-Protokoll zum Beispiel auch, ist wie Among Us in 3D. Wahnsinnig lustig, wird euch gefallen. Schaut da vorbei, Link in der Videobeschreibung. Drauf klicken und abonnieren kostenlos. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020